Erstes Spiel. Flutlicht. Alleine auf Block 5. Infizierung total. Bielefeld! Bielefeld! Arminia Bielefeld. Arminia. Wahnsinn. Schwarz-Weiß-Blau. Drama ist das Wort, das alles bei Arminia zusammenfasst. Pokalsensation. Ein Drittliges bis ins Halbfinale. Relegationsspiel gegen Darmstadt. Man darf es eigentlich gar nicht aussprechen. Das können nur Arminia-Fans aushalten. Das komplette Drama von mindestens zwei Fangenerationen. Aufstehen. Jede Menge. Fahrstuhlmannschaft. Trainerwechsel. Skandale. Finanzgebaren. Schulden. Rettung. Bündnis OWL. Die Arminia lebt weiter. Fußlümmelei. Englische Krankheit. Also es wird richtig beleidigend. Das ist Arminia. Aufstehen. Bauchzunnen. Der Dinosaurouvia. Dinosaur Bunun hat alles gewdefense. Vielen Dank.